So ein Feuerball, Junge! Boom! Er behauptet sich... Ähm, es wird wahrscheinlich in einer Niederlage enden, so wie ich es mir vorstellen kann. Aber das macht ja nichts, versuchen können wir es. Ähm, nehmen wir diese hier für die Wirtschaft. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich nicht viele Rohstoffe bekommen werde. Was ist hier hinten auf dieser Map? Okay, nicht. Oder ist hier etwas? Suchen wir ein Fach. Dann, wir brauchen auf jeden Fall Lanzenträger. Lanzenträger, Lanzenträger und noch mehr Lanzenträger. Okay, hier haben wir eine Siedlung. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Na los, ein Sägewerk. Dann bauen wir hier noch ein Türmchen. Macht eure Waffen bereit. Ähm, hier funktioniert das Zoom-Paket nicht auf dieser Karte. Ich weiß auch nicht ganz genau warum. Weiter, weiter! Aber ist ja egal. Bewegung! Bewegung! Nicht vorbeigern! Aber was haben wir hier? Weiter, weiter! Das Wichtigste wird Lanzenträger gegen zweimal Rohan sein. Okay, hier ist ein Vorposten. Der Vorposten wird wahrscheinlich extrem schwer zu halten sein. Aber versuchen können wir es. Jetzt suchen wir mal nach weiteren Siedlungen. Um die Rohstoffe zu boosten. Dann hier noch ein zweites Türmchen hin. Und wer weiß, wer weiß. Sehr gut. Gleich nochmal ein paar Sperrträger pumpen. Damit ich auch die Verbündeten beschützen kann. Weil so wie es ausschaut, hat die KI bis jetzt nur... Ah, ein paar Sperrträger hat sie schon gebaut. Perfekt. Ich habe hier noch eine Siedlung gefunden. Nicht zurückfallen! Wegewerk. Okay. Rohan hat schon einen Helden gebaut. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Einige Uhrensperrträger sind in den Gruben entstiegen. Nein, nein. Zurück, 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 zurück. Zurückfallen zu den Türmchen. Sehr schön. Und jetzt... Und natürlich aktiviert sich mein Handy. Sehr schön. Die Bogenschützen haben schon mal alles. Aber ja, gegen die Türme sterben die Bogenschützen einfach. Das ist für unser Volk. Ich krieg langsam Hunger. Weiter, weiter. So. Das ist dann dann wichtig. Eine Rüstkammer wird gut sein. Sehr schön. Die erste Welle haben wir schon mal abgewehrt. Äh. Das ist natürlich nicht gut. Da muss ich schauen, dass ich was machen kann. Da werde ich mit... einem Berserker oder mit zwei hinlaufen. Macht eure Waffen bereit! Wie geht jetzt meine Mate? Naja, er geht... nicht so rosig, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, besser als nichts. Da ist der Bornsbem. Da haben sie schon den Vorpisten gebaut. Ne. Bornsbem ist real. Bornsbem ist real. Nehm ich zwei die Berserker hier. Und lauf mal hier runter. Momentan sieht's nicht so schlecht aus. Bin am überlegen, ob ich nicht gleich Lurz holen werde. Der kostet 2000. Wenn ich aber ist ein guter Held hier. Oh, da sind meine zwei Berserker on the run. Auf ihn! Los! Oder ich hole hier den Vorposten. Ich glaube, ich hole hier den Vorposten zuerst. Viel wichtiger. Dann haben wir hier schon mal eine kleine Base. Zuerst natürlich die Türmchen. Dann holen wir noch diesen hier. Und meine zwei Berserker räumen hier auf. Naja, bis jetzt überzeugen mich die schweren KIs eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's mir viel schwerer vorgestellt. In der Iden, ähm, Schlacht und Mitleide 2. In der Iden-Mod ist es wie 1001. Dann holen wir hier noch ein Türmchen. Und noch mehr Rohstoffe. Sehr schön. Und ein Bärchenklärchen. Hier bauen wir noch gleich ein Sägewerk hin. Nee, nicht im Ernst, wenn wir okay leben noch immer. Okay. Können wir die hier reintun? Nö, können wir nicht. Aber was wir tun können, müssen wir uns mal den Industrieboost holen. Dann bauen wir hier gleich noch mal ein paar Türmchen zur Verteidigung. Man weiß ja nie, wo hab ich jetzt meine zwei Berserker. Die sind hier. Sehr schön. Und hier könnten wir eigentlich den nächsten... Ich hoffe, er holt ihn. Soll ich ihn der KI geben? Ich hoffe schon. So, meine lieben Berserker, macht das was? Jetzt holen wir uns den Lurzi-Burzi. Mit den Bauern werden sie hier nicht mehr weiterkommen. Hat er sich jetzt den Vorpusten schon geholt? Nein, hat er noch nicht. Okay. Als nächstes werden wir nach Lurz die Rüstkammer anstreben. Sehr schön. Ist im Auftrag. Und hier kommen dann die Belagerungswerke. Und dann können wir langsam anfangen, eine Armee auszuheben. So wie es aussieht, meine schwere Isengard-KI macht eigentlich die ganze Arbeit allein. Okay, den Außenposten hat er sich noch nicht genommen. Dann holen wir Lurz hierher. Sehr schön. Dann noch ein paar Türmchen zur Sicherheit. Immer wieder die Verteidigung ausbauen. Ich weiß zwar nicht genau, warum in diesem Moment, aber nicht so wichtig. 1200 kosten die Belagerungswerke. Hier so wie es aussieht, während mein Isengard-KI-Freund für anscheinend 2v1 macht, kann ich dabei alles ausbauen. Ich habe es mir ehrlich gesagt schwerer vorgestellt. So. Übrigens habe ich die Musik aus gewissen Gründen wegen Copyrights auch in Geklämt, äh, Geklämt, ähm, ausgedreht. Das ist ein wahnsinnig. Ich monetarisiere zwar meine Videos nicht, aber, ähm, YouTube ist ziemlich heikel, was Herr-der-Ringe-Content betrifft. Da schlagt es sofort Alarm. So. Und, ja. Wird schon fleißig die P's angegangen, aber die zwei Rohan halten sich wacker. So, als nächstes könnte ich mir vorstellen, Mauha oder Uglug. Wahrscheinlich wird es Uglug werden. Äh, nein, nein, ich darf nicht vergessen, die schwere Rüstung und natürlich die Klingeln. So, was holen wir uns? Ein paar Uruk-ai. Standard-Infanterie. Ich glaube, jetzt wird sich dann Rohan mal befreien können, weil so wie es aussieht. Oh, die erste Paliste ist hier. Sehr gut. Hm. Feuerpfeile, 30 Pro, 30 Feuerschäden. Mögen wir mal die weiste Hand. Wir sammeln hier unsere Armeen. Die neuen Klingen sind fertig. Oh, man wird erfreut sein. Rohan wird sich jetzt dann befreien. Juhu! Bleibt zusammen! So, entweder wir können dieses Game Künst... Wie viel kostet das? 6000. Holy moly. Okay. Holen wir uns noch ne Balliste. Dann holen wir uns ein paar Speerträger. Ich hätte eigentlich geglaubt, äh... dass Rohan viel mehr mit Reiterswam würde, aber es sieht so aus, als machen sie es nicht. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. So, Rohan ist hier. Für Mittelehrne! Zum anderen ein Zusammen! Ich habe gesagt, bleibt zurück. So, wieder mal die Wirtschaft ein bisschen posten. Und die Föhrpfehlchen. Klingen. Die ganzen Upgrades. So, der Lurz ist so in der Gruppe in Lurz vorwundern, dass ich nicht mehr fliegen kann. Waffenwechsel. Aber der Lurz regelt. Nächste Balliste. Lassen wir hier hinten warten. Verfluchtes Land holen wir uns. Hollen wir uns nochmal Sperre und nochmal Sperre. Dann holen wir uns noch eine Balliste. Dann können wir uns nachher mal nachdem wir uns die nächsten Helden geholt haben, können wir einen Vorschlusswagen und kurz mal ein Schlückchen trinken. Bleibt hydriert, meine Freunde. Ganz wichtig. Hat der jetzt schon einen Vorschluss? Nein, hat der noch immer nicht. Der spammt und spammt. Einige Uruk-Sperrträger sind in den Gruben entstiegen. Sperre. Los, 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 los. Jetzt hat der wieder Isengard ins Fessel zu besossen. Aber nur der Uruk-Sperre. So. 560. Lebe die weise mit Treiberlisten. Weiss ich nicht, ob sie schon reichen. Klatschen die? Moment. So Junge, dreh dich mal um. Okay. Nein, ich habe mich getäuscht. Klatsch viel. So. Mauer. Rekrutiere Mauer. Den Befehlshaber der Ambrustschützen Isengard. Ungluck. Sharku. Hauptmann der Waagreiter. Ich finde Waagreiter von Isengard eher nicht so prickel. Ähm. Aber in Lutz können wir mal weiter nach vorn stellen. So. 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 Es lebe die weisse Hand. Wir könnten hier einen Lutz ein bisschen leveln lassen. Sehr schön. Und wenn er jetzt dann nicht gleich diesen Vorposten nimmt, nehme ich ich ihn, weil Rekrutiere Uruk-Luck den Hauptmann Uruk-Kai. Ist ja eigentlich ein entspanntes geben, muss ich sagen. Ich fühle hier nicht so den Druck von den zwei schweren KIs. Also zweimal Rohan-KI ist anscheinend nicht so gut wie einmal Isengard-KI im Schlachtermittel. Leider eins. Ähm. Jo. Wollen wir mal einen kleinen Vorstoß wagen. Ne. Bauen wir noch mal ein paar Ambrustschützchen. Können wir mit den Schwerträgern verbinden. Finde ich eine tolle Einheit. So. Die Base ist auch top verteidigt. Hier der Vorposten auch. So. Uruk ist auch schon hier. So. Dann haben wir unsere Armbrüstchen. Armbrüste nach hinten! Oh. Können wir mal ein bisschen in den Nahkampf gehen? Å. Operierkmaybe tosintag. Ihr Bogenschützen-Spam. so dann würde ich sagen auf geht's dann holen wir uns hier das verfluchte land sehr schön wir können die hier drauf gehen schauen wir mal ob der erste vorstoß schon ein erfolg wird wo es aussieht ja ich schicke mich hier weiter nach vorne nun wir uns noch den wirtschaftsboost die zitadelle ist dann machen wir zuerst die türmchen hier kaputt wie wäre es wenn ich nicht nur dastehen würde und aus meine ballisten laufen einfach mal wie so auch nicht es ist eine balliste einfach da okay dann holen wir uns mal saruman noch mal eine balliste oder zwei wieder mili warum auch nicht hier mal ist nicht so rosig aus dann laufen wir mal zurück war jetzt mal nicht so das wahre so was holen wir uns jetzt der verwüstung schütte da war ein gimli magiestoß feuerball nach der sprache ja so wie sonst jetzt kommen sie ein bisschen zurück eine neue macht erhebt sich und der sieg ist nah an 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 Morgul verlassen. Sollen wir uns vier Ballisten, vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Fangen wir mit Saruman Papp. Boom hat's gemacht. Und dann geben wir den linken Rohanianer. Rohana. Ich weiss nicht welches. Wollen wir uns noch ein paar Urukai-Einheiten? Ich finde die Speerarmbrustkombi ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. So. Was Mau hat. Wurst ist auch wieder hier. Uruk ist auch wieder hier. Und die vierte Balliste. Wollen wir uns dann eine Ballentier haben, wir uns schon geholt. Hat er wieder aufgebaut? Nö, hat er nicht. Sehr gut. Hier. Und verbessern wir noch die Urukai-Bohrenschützen. Sehr schön. Und noch Bärchen. Jetzt könnten wir noch Akku holen. Einfach weil wir es können. Weil wir zu viele Moneten haben. Wenn wir schon zwei nachbauen. Schicken wir diese Einheit auch hierher. Dann geht's mal los. Was sind die Armbrustschützen? Sie kommen schon. Ich meine, Herr der Ringe war für mich, wo ich jung war. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir auf den zweiten Teil per DVD gewartet. Ich war vielleicht zehn oder acht Jahre alt, keine Ahnung. Und ich war auf Urlaub mit meinen Eltern und meine Brüder waren zu Hause, meine beiden. Und sie haben extra auf mich gewartet mit dem Schaum mit der DVD. Das war ehrenhaft. Die Ehre. So, jetzt schicken wir mal die Helden vor. Nachdem die Helden vorne sind, wird die Vorhut folgen. So, Magiestößchen. Das wäre ja weise. Das wäre weise. Das wäre weise. Das wäre weise. Sehr schon. Meine vier Ballisten. Jetzt machen wir den Saruman ein bisschen stärker. Wo ist er überhaupt? Warum ist er in dieser Base? Komm rüber, mein Junge. So, meine lieben Ballisten. Next one. Sie können hierher kommen. Mauerhast. Wo ist Scharko? Jetzt können wir ein bisschen dunkle Medizin. Äh, dunkle Medizin. Komm noch da. Mit den Ballisten, dann haben wir den ersten König Rohans niedergestreckt. Und der zweite möge sogleich folgen. So, der Magiestoß. Lurz. Sehr schön. Wir haben den ersten zur Strecke gebracht. So, lieber Lurz. Dann kannst du gleich das einnehmen. Dann holen wir uns gleich die Festung hier. Dann gehen wir mit den Helden hier rüber. Zuerst mit den Helden schon mal. Dann mit den drei Einheiten folgen wir. Dann bauen wir gleich die Päs ein bisschen aus. Damit gar nichts mehr schief gehen kann. Hier das. Urugrube. Erwaggrube. Hier noch die Türmchen. Dann holen wir uns die Ballisten rüber. Dann können wir uns gleich rein schicken. Wo ist Shaku, der ist tot. Okay, dann können wir uns gleich wiederholen. Dann bauen wir hier noch Belagerung. Hier noch ein Schlachthaus. Schlachthaus. Gürmchen. Sehr schön. Wow. Ja, so wie es aussieht, war es das. So schwer war es jetzt nicht. Ich glaube, wir werden wieder zu Schlacht und Mittelritte zu erwechseln. Da weiß ich, dass die Kaisung einiges stärker sind. Weil da verliere ich immer komischerweise. Vielleicht spielt er deswegen nur den ersten Teil. Du weißt, wovon ich spreche. So ein Feuerball, Junge. Boom. Heute kosten wir Menschenfleisch. Yeah. Und wir haben gewonnen. Dankeschön fürs Zusehen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, euer Grilli. Bis zum nächsten Mal.